die schildblase des bananen mit dem schanen recht die schildblase des bananen Bevor was? Ach, bevor er seinen Ratualle mängen kann Was für ne schildblase? Irgendwie so ein Schamane Schamane Schildblase? Ach, das verbleibende gefangene vier Der läuft da vorne, ich glaub, der darf da nicht hinkommen Der läuft wo? Ein infundierter Stein, den nehm ich doch glatt. Ich treffe ich jetzt auf den Schamanen. Mach ich mit. War nicht gut. Null Damage. Auf den Veteranen Schamanen. Schlecht. Ist auch nicht viel besser. Oh, die Schildblase ist um einen runtergegangen. Irgendwas ist zwar richtig. Ich werfe noch mal auf den Schamanen. Ich habe gar keinen Stein in der Hand. Ich werfe noch mal auf den Schamanen. Es lebt der infundierte Stein da vorne dran. Ach, das fand ich richtig, ne? So, wir müssen den ganzen Stein auf den Wings werfen. Kampion. Nein, das ist mein Kristall gewesen. Erinnerst du dich an gestern? Wer fehlt? Was ist da los? Ich bin noch. Oh, super. Microphone muted. Microphone activated. Nothing can bring me now. We need some healing here. Ah, der Todemsnack mal wieder. Ja. Boah. Ich bin tot. Warum kriegt der? Warum kriegt der keinen Schaden? Warum kriegt der keinen Schaden? Weil du nur mit Steinen da aufwerfen kannst. Hast du es schon probiert? Nö. Aber hier liegen immer noch Steine rum. Also von mir kriegt der Schaden. Echt? Okay. Irgendwo ist ein Tor gefallen. Und Hannover. Wann ist ein Anstoß gewesen? 8 Uhr. Ich bin weg. Bye-bye. Timotataizaun. Wer hat ist Baby-Beneerg Transえる? Satis-visor disconnected von deinem Channel. Also wenn ich einen Stein draufwerfe, der macht 4k Damage. 4k? Okay. Oh. es ist genau so viel wie zwei Pistolen von mir sehr gut weil er da wäre irgendwer klaut mir andauern meine Steine oh jetzt ist er in der Bubble Aua jetzt mein Schaden fülle ich ich hab doch jetzt mal einen Stein drauf jetzt wäre wahrscheinlich ein Stein nicht schlecht ja ok ja der Stein ist großartig in diesem Zustand was ich 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 irgendwo ein stein erhielt einer kurz umzuschälen da hinkommt da ist auch erschwert Feuer! 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 Volltreffer! Ja, scheinen wäre nicht schlecht. Was macht er denn jetzt? Krieger! Das kann ich auch. Das war...